Die Fans sind skeptisch. Kim Kadeschen, 40, ist für ihre sexy Santu-Figur bekannt. Doch jetzt macht das Gerücht die Runde, dass genau diese berühmten Kurven der Vergangenheit angehören sollen. Die Influencerin und Vierfach-Mama soll sich ihre Profiler entfernt haben. Wo ist Kims Po hin? Ein aktuelles Foto, das diese Welle ausgelöst hat, befindet sich auf Kims Instagram-Seite. Es zeigt sie mit Söhnchen-Psalm im Garten. Kim trägt eine Leggings, die ihren Körper betont. Etliche Fans und Follower wollen aber genau auf diesem Foto entdecken, dass ihr Po geschrumpft sein soll. Kim auf einem Foto Anfang August Po-Implantate weg? Ein direkter Vergleich mit einem Foto von Anfang August, das Kim mit rundem Knackasch im Bikini zeigt, soll hier wohl als Grundlage für die aktuellen Gerüchte dienen. Das britische OK-Magazin hat sogar mit einem Chirurgen gesprochen, der behauptet, Kim habe sich ihre Profiler entfernen lassen. Chirurg Mark Hoechel sagt demnach, der Hauptunterschied zu Kims Po ist die Leere oben im Vergleich zu Fotos von ihr zuvor. Etwas wurde entfernt. Weiter glaubt er, entweder wurden ihr Po-Implantate entfernt oder sie hat einen Füllstoff aufgelöst oder eine Fettabsaugung durchgeführt, um ihren Po zu verkleinern. Und dann, wenn ihr Po-Implantate entfernt habt, dann geht es um einen Füllstoff aufgelöst.